Ich würde auch immer ganz gerne da so zu Schluss spielen und was ich mal gesehen habe bei der Konkurrenz, wie bei anderen Bands, da war das so geil, da haben die Leute irgendwie alle ihre Handys rausgeholt und haben so ein Lichtanbär gemacht. Wisst ihr, was ich meine? So mit, keine Ahnung, Blitz oder wie auch immer oder mit dem Display, ich bin ein bisschen alt, ich habe nicht mal ein Smartphone. So, genau. Und wenn wir das jetzt alle mal machen oder die meisten, das wäre so geil, dann würden wir euch als letztes noch ein Monument spielen. Was sagt ihr? Das sieht total geil aus. Mehr davon. Okay, dann ist hier für euch der letzte Song für heute. Oh, das sieht aus. Hier ist für euch ein Monument. Dankeschön. Klaffenbach, ihr seid geil. Lasst das mal noch ein bisschen an, das sieht so geil aus. Mega. Das musst du mal filmen. Das ist Wahnsinn. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank, Klaffenbach. Das musste für euch sein. Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist wirklich mega überwältigend. Scheiße, ist das geil. Dankeschön. Untertitelung des ZDF, 2020 Ich brauche ein Volumen für dich Komm nicht zu Fuß und sterf nicht dich Ich brauche ein Volumen für dich In diesem einen Augenblick Ich brauche ein Volumen für dich Ich brauche ein Volumen für dich Ich brauche ein Volumen für dich In diesem einen Augenblick Ich brauche ein Volumen für dich Ich brauche ein Volumen für dich Ich bau ein Volumen für dich, so wie du gewinnst und sterblich bist. Ich bau ein Volumen für dich. Ich bau ein Volumen für dich.